Tribuno Memo, auch genannt Pietro Tribuno oder Tribuno Menio, war der 25. Doge von Venedig. Er regierte von 979 bis 991. Familie. Die Memo zählten zu den ältesten venezianischen Adelsfamilien, den zwölf sogenannten apostolischen Familien. Aus der Familie sind der Doge Tribuno Memo und aus einem Seitenzweig der Doge Marc Antonio Memo hervorgegangen. Leben Memo stammte aus einer sehr reichen tribunizischen Familie. Er war verheiratet mit Marina, Tochter des 22. Doge Pietro IV. Candiano, das Paar hatte einen Sohn mit Namen Maurizio. Tribuno Memo war Analphabet. Dokumente wurden anstatt mit seiner Unterschrift mit seinem Signum Manus und der Unterschrift eines Notas unterzeichnet. Das Dogenamt. Als Memo im November 979 gewählt wurde, war der Dogenpalast noch im Bau. Der Doge musste also bis zu dessen Vollendung kurz vor Ende seiner Amtszeit in seinem eigenen Haus wohnen bleiben. Tribuno war ein Kompromisskandidat auf den sich die beiden verfeindeten Lager der kaiserfreundlichen Candiano und der Orseolo-Anhänger, die nach Byzanz orientiert waren, schließlich geeinigt hatten. Die zwölf Jahre seiner Herrschaft gehörten zu den schwierigsten der Lagunenstadt, von außen den Bedrohungen und Annektionsgelüsten des deutschen Kaisers ausgesetzt. In Auseinandersetzungen mit dem Papst umstrittige Rechtstitel verwickelt, tobten in der Stadt selbst verbitterte Kämpfe zwischen den Adelsfamilien. Eine seiner wichtigsten und für das Verhältnis Venedigs zur päpstlichen Macht in Rom symptomatischen Aktion war die Deklaration der Marcus Basilica. Als Palastkapelle der Dogenliberat alla servimentu alla Santa Madrechisa für die sakralen Handlungen wurden von Venedig ein Priester eingesetzt. Alle Versuche Roms San Marco wieder unter päpstliche Oberhoheit zu bringen scheiterten an der Hartnäckigkeit der Venezianer. Im Dezember 982 erhielt der Benediktiner Giovanni Morosini von Dogen die Erlaubnis auf der Insel San Giorgio Maggiore ein Kloster zu gründen, was bei den politischen Konkurrenten der Morosini, den Colobrini, zu Missstimmung führte. Schwierig gestalteten sich die Verhandlungen mit dem deutschen Kaiser Otto II., der sich wenig geneigt zeigte Venedigs Verträge mit dem Heiligen Römischen Reich zu verlängern. Erst nach Intervention seiner Mutter Adelheit bestätigte er widerwillig Venedigs Privilegien. Als es kurze Zeit später zu einem offenen Ausbruch der Spannungen zwischen den Colobrini und den Morosini kam und ein Angehöriger der Morosini ermordet wurde, flüchtete sich die Familie an den Hof des Kaisers nach Verona. Otto nahm das zum willkommenen Anlass, sich Venedigs zu bemächtigen und verhängte zunächst eine Handelsblockade gegen die Stadt, die zwei Jahre dauerte, im Laufe der Zeit immer durchlässiger wurde und mit dem Tod Ottos am 7. Dezember 983 endete. Um ein Gegengewicht gegen den erstärkenden Einfluss des Kaisers zu bilden, schickte der Doge seinen Sohn Maurizio nach Bützans, der jedoch erfolglos und ohne die üblichen Ehrungen durch den oströmischen Kaiser zurückkehrte. Als Tribunomemo erkrankte, nahm die Volksversammlung das zum Anlass, den erfolglosen Dogen abzusetzen. Er zog sich als Mönch in das Kloster Sansakaria zurück, wo er wenig später starb. Er wurde in San Giorgio Maggiore bestattet, wo sich sein Epitaph rechtsaußen an der Fassade befindet. Sein Grab ist nicht erhalten.